Hallo, hier sind wir wieder mit dem tollen Vlogshelter. Ach du Scheiße, ich hab so wenig Esen. Bitte, mir Esen. Ja. Ach, sie ist wieder schwanger. Es ist kein Platz im Vault. Was? Ach, du kannst mich mal. Du kriegst halt kein Kind. Ach nee, war nur ein Spaß. War nur ein Spaß. Zack. Okay. So. Ich brauch mehr Energie und Esen. Bitte. Bitte. Steht immer wieder einer vor der Tür. Mann, bitte. Spiel. Krankenstation, das brauche ich. Dringend. Ja. Ja. Das jetzt fehlt mir. Ja. Hab ich schon eine Krankenstation? Nee, oder? Ja. Ich muss mehr auf mich achten. Ja. Wir jetzt werden alle krank. Dann ist aber was los. Ja, ist okay. Du fühlst dich schrecklich. Das ist so scheiße. Die Leute lieben Partys. Ja. Küss dich ja nicht. Wolltest du aufhinterstiefen? Krr. Witzig. Hm, ich fühl mich nicht so gut. Ja, da kann ich auch was gegen machen. Sorry. Ach du Scheiße, das war mein Bruder. Der ist richtig aggressiv, glaube ich. Ist alles dunkel. Wir brauchen mehr Energie. Ja, witzig. Roman, ich kann das ja abkriegen. Ich bin so dumm. Dumm, so dumm, so dumm. Oh, 27%. Ja. Ja, komm. Ja. 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 Okay, so. Ah, mein Volk, der wird immer fett. Aber geht's an meinen Kindern aus? 50. Ist ein Kind. Oh, ein Kind. Ach du Scheiße. Wie schlecht geht's dem denn? Wie schlecht geht's dem denn? Fass, warum geht's dem so kacka? Gibt's dem nur 41%? Mann, was ist der mit euch falsch? So, wo ist der Typ jetzt? Äh, 10%. Äh, 10%. Alter, was bist du? Ja, der Reif geht dem besser. Guck mal, wer hier rankommt, bitte. Halt die Schnauze. Tän, 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 tän. Mann, bitte, spiel. Wie scheiße geht es der denn? Mann, was ist mit dir? Ja, scheiß Energie-Typen. Zu schlecht. Bitte, bitte, bitte. Ich hasse euch. Ich hasse euch einfach. Ich hasse euch alle. Es tötet sie, ihr Blachen. Schlachtet sie doch bitte ab. Ach, wenn die gleich sterben, dann raste ich aber aus. Hallo? Boah, Junge. Wie macht das jetzt? Bis das eigentlich funktioniert. Endlich. Mann, es geht allen so scheiße. Alle sind depressiv. Wir brauchen mehr Energie. Ja, schön wär's. Und ich wäre euch so einsam. Ja. Ja. Hallo. Chillt doch mal. Mann, wie soll ich das denn schaffen? Hallo. Mann, warum... Das muss endlich jemand zum Krankenhaustyp werden. Warum will denn keiner zu mir kommen? Ach, komm, mach einfach. Und es sterben die halt mir da. Egal. Ach, es sterbt. Komm, stirb. Ja. Wir sind dort. Komm, stirb durch. Ist okay, ist okay. Klar, klar. Klar. Warum geht's denn so scheiße? Wie macht er's jetzt? Ach, Mann. Hilf Jeffrey wenigstens, bitte. Okay, Jeffrey ist dort. Okay. Ach, Jeffrey, der Arme. Ja, Jeffrey ist dort. Stirb doch, du Arschloch. Du Arschloch. Ich hasse den. Mann, Hilfe. Weil die 10% ich hasse mein Leben so sehr. Hallo. Du schaffst das. Ich hab Boxen mit, alles kaputt. Ich war sehr, sehr tehrig. Hier. 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 Ach man, bitte schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll. Hm, hm. und was soll ich machen bitte schreibt es in die kommentare ich beendere jetzt damit die folge ich abkratze ich hoffe nächstes mal stehen ein paar leute so natürlich bis zum nächsten mal